Ich habe beiden Leuten einen Kopfschuss gegeben, mit Char-Char und dem L.S. Mit einem Schuss, muss man auch erst wegkriegen. Oh, nicht schlecht. Alter, Hunter. Der Biss wieder in Folge? Ach, nö. Da muss ich nicht mehr hochkommen. Ich würde sagen, mit dem Couch kriegt er Sinn. Oh, ist klar, der Couch kriegt natürlich nicht hin. Hier oben ist noch ein Kanister. Der andere liegt unten. Das ist auch ein Problem, wenn ich sehe. Ja, klar, der Alice macht nichts. Das ist immer, warum er nicht mit BOT spielt. Was ist denn eigentlich überhaupt? Ach, der verteidigt sich gerade selbst und genau, wie er wollte. Der stand dir weg, neben mir. Weil vom Smok-Angriff noch mal und bin er da einmal schlagen muss oder so. Also, wo ich sage, Jimmy Gibbs Jr. Das muss man nochmal probieren. Ich hätte mich mit seinem Auto fotografieren lassen können. Dieser Apokalypse nervt. Oh, das tut gut. Könnt ihr? Wir müssen jetzt los. Hier liegt Medi-Pack auf dem Klo. Verwendet ihr? Im Klo. Ja, das ist ganz... Ja, das ist ganz... Vill habe ich letztens so bunt auf dem Klo gefunden. Aber die waren im Klo sogar. Okay, dann war ich bei jemandem Vorschlag. Hab hier nicht dieses... Gleich werden wir gerettet Gefühl. Oh, die haben... Die haben Panzerglas im Aufzug. Die Sieder können wir vergessen. Vorschläge. So, der erst nicht einführt, sondern erst mal auf das Auto legen, ne? Ja, ja. Vielleicht lag es auch daran. Einverstanden. Aber ich fahre. Weil ich glaube, ich glaube, dass wir ziehen können, ist er auch noch im Tank, so dass er... Ja. Triggered. Ja. Bin ich immer noch fest davon überzeugt, dass so gesagt wird, ey, du hast den eingefüllt, hier kommt ganz viel. Wir brauchen den C! Nimm nur Damage. Ich hab's! Deshalb ist es eine ungerade Zahl, das ist ja nur eine. Wollt ihr mich verarschen, Smoker und Charger aus derselben Tür auch und Jockey? Geh, wird geholfen, oder? Ähm, kann man das bei den Bots sagen? Oh mein Gott, ein AK. Es wird aufgeräumt. Sag mir, wenn du Probleme hast, oder? Ja, es klappt. Jetzt wollte ich gerade die Axt nachladen. Sicher! So, sammelst du die unten ein, oder? Äh, ja, ich muss mich aber erst mal hier. Der Jockey hat mir ein bisschen zugesetzt, weil die ein bisschen wenig geholfen haben. Achtung! Ich mag, wenn du jetzt einer auf das Häuschen geworfen hast. Vorhin? Da lag jetzt was noch an. Nee, daneben. Ich hab schon wieder einer auf das Häuschen geworfen. Also, diese Runde, meine ich. Diese Runde hat's da auch schon wieder eins auf dem Häuschen geworfen. Oh, Hilfe! Scheiße! 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 Jockey! Und, äh... Smoker! Keiner hier! Was mit Alice? Alice ist jetzt hier. Hat aber eine Weile gedauert. Das Problem... Das Problem ist zustande. Einfach so böse. Und ist das ein Tank? Ja. Ja. Okay. Äh, der kommt grad die Treppe zu euch hoch. Oh, oh. Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn nicht. Ich auch nicht. Der ist glaub ich bei Couch. Schau da am CUlic… Nein! Schau da! Schau. Ach, die Treppe. Enculo! Nein. Alice hat ein Problem. Ach, der Tenkel kriegt immer noch. Nein! Oh, die Dinger können auch explodieren. Jetzt ist die Frage, wie viel habe ich in Wurzelbratt gesetzt? Ja, wenn du sagst, die können sich auch entzünden, wenn was brennendes in der Nähe ist. Ja, dann wird jetzt nicht mehr so wie übrig sein, oder? Jo. Ich muss mich kurz heilen. Ja, geil. Oh, ja. Ich habe dich heute nicht so. Na. Was? Ja, guck mal, wir sind da. Wir können ihn verheißen. Doppeltes Feuer. Yay. Run, baby, burn. Was ist mit Coach? Halte sich an dem Feuer. Ja. Ja, das tut er. Moment, das weg ist hin. Jetzt kommen wieder zum Beispiel, ne, kommt keine Zumbe. Einfach abschließen die Dinger. Machen die denn ohne uns weiter? Also Coach alleine. Nö, glaub nicht. Auch wenn ich auch ein wenig Spiel war, ich meine, die können die Kanten sich ja nicht einfüllen. Ja. Der läuft dann einfach nur, wenn überhaupt, dann läuft der nur sieglos durch die Gegend und wird von den nächsten Zombies getötet. Ja. Ja. Ich glaube, mit dir beide tot sind, ist es vorbei. Ach, der hat ganz andere Probleme. Ja. 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 youtubers raten aufgelistet werden. H inglés nicht in die Beschaffung. Ja, ich bin auch immer然後 angekommen. Gubi, willst du dich auch mal an der Torette nachgucken? Was nachgucken? Nee, oder? Ich hab eigentlich alles, was ich brauch. Okay, dann komm ich. Wir müssen hoffen, dass mit dir ein paar Bots mitkommen. Weil ich kann größtenteils die meisten spezialifizierten 1v1, ne? Ja. Kann man nicht schon mal ohne die losfahren? Ja, hinter dir. Ich hab mal ne Frage. Ja. Bringst du die da grad so hoch? Sind zwei vielversuchen oder steifst du da ein bisschen so? Ich kenn die Antwort, glaub ich. Ich muss noch gucken, was ist deine Antwort? Ähm, so wie ich dich kenn, wirst du alles so rausbringen. Wir tanken hier die Käste! Auch wenn wir den 2-Jährigen so besser... Ja. Auch wenn halt bestaufwässig wirklich ein bisschen cool wär. Ich kann das ja noch mal als bestauf zusammenschneiden. Zusätzlich. Oder auch nur so. Ich muss machen. Ja. So, also ich hol die vom, äh, Zotten-Obergekreis, ne? Ja. Ich brauch' um, bitte ich jetzt mal so ne Matten-Vernichtungswaffe. Ich brauch' um, bitte ich jetzt mal so ne Matten-Vernichtungswaffe. Und damals? Ja. Da war ja schon ne Weile her. Ja. Aber, das war einfach so geil. Übersetzte diese Sachen, ne? Ja, da macht sie natürlich doch Spaß. Ja, da macht sie natürlich doch Spaß. Ja, da sind schon... Zombies, die springen vom zweiten Stock runter. Das wär' gar nichts. Ja, und der guck, der Schiff ist einfach dabei. Gut, ich hab' auch noch ein bisschen mehr Sprung gehabt. Mit dem Tank damals. Ja, da bist... Damals? Vor vielen Jahren. Ja. Also, grad vorhin. Moment! Muss mich gar nicht mehr! Dadurch musst du doch entflutzen, oder? So. Wir haben... Wir haben vierteile hier liegen. Fünf Teile. Also, Coach ist bei mir immerhin. So, jetzt kommt alles von da hinten. Kann ich vielleicht schon mal Richtung der Kanister laufen? Und sie sogar schon gleich rüberwerfen. Ihr braucht sich da hochgehen. Na geil. Zurück linksklick an. Erstens die... Oh. Mit linksklick rufst du sie. Die... hä? Mit linksklick? Ja. Okay. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Wo, bei dir? Ja. Ja. Lade nach! Nein, bei mir! Ach so. Ne, ich dachte, sie respawnen wieder bei mir. Klasse! Natürlich kann ich da nicht runterspringen. Oh! Ey! Das Platz ist kaputt gegangen. Ich bin runtergefahren und hab keinen Schaden bekommen. Aber kam bitte runterlaufen, hängt es sich dran und sagt, nein, ich will nicht. Hilfe! Scheiße! 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 Coach, tu doch was! Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Decken tot! Ja, ich auch gleich! Coacht! Alter! Jetzt schieß du hoch! Ist der so einer? Dann kam er ja jetzt herzlich fröh auf die Idee. Oh, da hängt eine Zunge runter. Das war ich! Ach, das was du hörst, dann kam er ja gar nicht auf die Idee. Das ist ja genial. Könnt ihr mir mal jemand helfen, vielleicht? Äh, hat sich Coach grad nicht auf den Weg dafür gemacht? Der kommt auch niemals an. Nein! Fucking Hunter! Also ich bin tot. Alice, der schießt diesen Hunter! Alice ist auch tot. Tja. Ist aber das Ding, das war ein Stück weg nach unten gefahren. Da hat sich jetzt auch gar kein Tümpel an. Ja gut, da war zum Glück so ein Vorsprung. Aber ich hab halt da gelegen und das war das Problem. Ich glaub, du hättest kein Falsches anbekommen, weil du eh schon außer Gefecht warst. Also ich dachte, das musst du wirklich Beddorf-mäßig machen, wenn wir noch mehr Falsches drauf. Du frei hat mich mit deinem Auto fotografieren lassen können. Du kaken. Und du kähnst dich.